Pass auf, ich mach's jetzt wieder richtig, ne? Und nach rechts drehen. Und, und, und! Grandios! Ich kann's aber auch erklären. Das Einzige, was jetzt neu ist, ist hier so eine Kante. Und wenn man in die Richtung fährt, muss man mit mindestens zwei Geschwindigkeit und jetzt bleibt man stehen. Wie cool! In die andere Richtung ist alles okay. Also runter, weil es geht's. Runner geht immer. Stühle sind auch noch dabei. Und rein, was? Nichts Neues außer diese Kante. Ich würde gerne beginnen mit meiner gelben Karte. Ja, dann weiß ich auch, was du spielst. Dann beginn mal mit deiner gelben Karte. Ich hab auch eine gelbe Karte, die würde ich jetzt auch gerne spielen. Doch, möchte ich gerne? Nein! Warte, 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 warte. Doch! Nein, warte. Ach so, scheiße, darf ich nicht. Warte, dann lass mich das erst machen. Dann mach ich jetzt die. Dann hoffentlich, weil wisst ihr, wo... Ja. Ich die. Ja. Und die und die. Nee, du musst es gelbe Karten loskriegen. Ja, genau. Dann leg die. Ah, okay. Gut, und die. Stopp. Alles klar. Und die. Und dann lege ich, warte, warte, und dann lege ich... Die und dann wäre noch so eine gute, und dann würde ich noch eine gerade legen. Oh, geht das gut? Oh, Vorsicht, ne? Nee, kann ich nicht spielen. Ich bin auch raus. Ich probier's einfach. Wer geht's auf meine Kappe? Jetzt fährt er gegen die Vase. Ach, klar. Das glaube ich auch. Also ich glaube, die hier mit der vorletzten Karte stehen... Nee, der fährt gegen die Vase. Ach so, der fährt jetzt gegen die Vase. Also wir fangen zwei vor. Jo. Dann lokischerweise nach links. Jo. Ein vor. Nach rechts. Jo. Zwei vor. Jo. Nach links. Jo. Ein vor. Jo. U-Turn. Jo. Ein vor. Jo. Ach so. Und zwei vor. Passt. Hier. Oh. Scheiß-Nerds. Nicht schlecht. Also man macht auch wirklich die zwei Felder. Man muss sich ein, zwei haben und man macht es weiter. Aber du brauchst halt zwei Spiele hochzukommen. Gut, dass ich nicht gespielt habe. Noch eine? Ich hab's. Du noch eine? Was soll das denn jetzt? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was das soll. Das passt. Da hab ich die rein und die rein. Dann hab ich überhaupt nicht mal, dass ich die spielen könnte. Hm-mm. Das geht nicht. Also streng nach Regeln geht's nicht. Du hast die gar nicht gelegt. Aber ich mach das so. Warte. Okay, dann möchte ich den ja auch. Ob ihr wisst, wo ihr seid. Dann mach ich die. Fragen. Das hättest du dir. Das muss ich mal spielen. Achso. So rum. Ich hab nur die falsche Karte gekriegt. Das gelbe, ne? So war der bei der Rüschung. Nämlich nämlich jetzt die hier. Ja, genau. Und dann könnte ich noch den machen. Was ich über Spiele, ne? Ja, deswegen kann ich den machen. Super. Wie seid bei den Stühlen? Dann kann ich ja noch nie machen, wenn ihr bei Stühlen seid. Ja. Und dann könnte ich sogar noch die machen. Wenn ihr bei den Stühlen seid. Stopp. Ja. Dann hau ich die noch rein. Okay. Und dann könnte ich sogar noch... Die hier reinhauen. Ne, ne, ne. Das geht schief. Die kann ich nicht mehr spielen. Aber ich... Obwohl man bleibt ja nur hängen, ne? Nicht, ne? Und dreht sich nach links. Und dreht sich nach links. Okay, ne, dann bei uns die für mich. Nach rechts. Zwei vor. Ein vor. Nach links. Nach rechts. Ein vor. Nach links. Ne, nach links. Männerlängs. Gegen Urzeuger sind. Ein vor. Klein vor. Klein vor. Ich habe gedacht, dass wir... Nach links. Nice. Jawohl. Das klappt doch. Obwohl ich gedacht habe, dass wir hier gegangen sind, hat es geklappt. Warum sollte so etwas sauber? Weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich krass gut gerade, oder? Kannst du nicht anders sagen. Es geht aber fast schon... Wie hieß noch das Spiel? Wer braucht noch welche? Ich brauche noch eine. Ich brauche eine. Das Spiel, wo man das einfach nur die... Ah, stopp. Ich habe die wieder vergessen. Okay, it's the game. It's the game. Die Zahlen starten. Halt! Die letzten vier nochmal zurück. Da entwickelt man dann auch irgendwie so eine Sprache. Ja, ist er wie so ein Mind. Wie so ein Mind. Kannst du nicht so ein Mind? Nee. Da musst du Zahlen, Karten, aufsteigend ablegen. Das ist the game quasi nur ohne reden. Ach so. Oder? Das ist also the game. Ja, genau. Und the game haben wir ja auch aufgespielt. Und bei the mind darfst du halt nicht reden, musst aufsteigend ablegen. The game macht auch ziemlich gut Spaß. Was bei the mind aber einfach ist, weil du dich irgendwann darauf einspielst und du zählst die Kunden runter. Oder die Zahl quasi zählt so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn dann alle gleich zählen, dann ist das halt kein Spiel mehr. Das geht hier nicht. So, wo fangen wir an? Miau, miau, miau. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab eine. Dann fangen wir da an. Oh, baby. Oh, baby. Ich hab ne game Karte. Warte, warte, warte. Ich mach den hier als erstes. Okay, wegen der Stühle. Leih nochmal einen. Ah, warte mal. Das ist, also das vermutlich sind wir auf dem Stuhl. Ja, das ist als... Nee, ich mach mal nix. Baby steps. Baby steps. Dann mach jemanden. Ich bin hier nicht so für den Babykram. Warte, 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 warte. Nee, schnicker, 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 schnicker. Ich sag's gar nicht. Ich muss ja zuerst ne gelbe spielen. Kann ich nicht. Ja, ja, warte mal. Das ist falsch. Das war wrong. Dann mach ich den hier. Jetzt kannst du, glaub ich, deine gelbe Karte. Ich würde ja jetzt gern mal spielen. Wer toll ist jetzt händisch an ne gelbe? Und jetzt lege ich meine gelbe Karte. Jetzt kann ich wieder. Und wo müssen wir hin? Da, ich weiß, okay, ich weiß, wir stehen. Alles klar. Da, dann. Jetzt kann ich nie wieder. Brrrrm. Das läuft, glaub ich, viel besser als vorher. Ja. Warte, 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 warte. Ja. Ich versuch mal was. Ich mach ja nix kaputt. Sicher? Du machst eine Legsrolle, das ist ein guter Trick. Dann muss ich hier nicht loswerden. Ich hab keinen Bock mehr auf die Karte. Aber warte, und dann. Ach, komm. Nee, also jetzt machst du dich da kommen. Nein, total. Das geht's. Also ich sag, wir stehen irgendwo hier. Nee, händisch hat uns gerade hier in den Gefahren. Dann spiele ich die auch noch. Händisch hat uns gerade hier hinten in Gefahren. Nein, habe ich nicht. Aber das ist die richtige. Ja. Der kommt und spielt die auch noch. Nein. Doch. Jetzt passt es ja nicht mehr. Warte, wir machen, wir machen, wir machen. Bei meiner passt es ja noch. Nee, glaub ich nicht. Ich glaub, Henrik hat alles kaputt gemacht. Nein, hab ich nicht. Nee, du hast es kaputt gemacht. Dann quacks ich mal nie was kaputt. Könnte mal eine Frau fragen. Noch ein vor. Ja. Zwei vor. Ja. Linksdrehung. Ein vor. Linksdrehung. Ein vor. Rechtsdrehung. Zwei vor. Ja. Drei vor. Nein. Linksdrehung. U-Turn. Ein zurück. U-Turn. Pass auf, ich mach's jetzt wieder richtig, ne? Und nach rechts drehen. Und? Grandios. Also, ich hab noch eine. Warum? Aber ich mach's ja angeblich kaputt. Und wer hat's repariert? Vier Runden haben wir, das ist super. Du spielst ja auch hier mit Profis. Ja. Einmal mit Profis spielen. Komm zu uns. Du brauchst eine? Ich brauch noch eine, ja. Jetzt, ja. Ich muss anfangen, damit ich meine gelbe Karte loswerden kann. Okay. Ja. Der macht das. Das haut hin. So, warte mal. Und dann lege ich meine andere gelbe Karte auf. Nein, nein, tust du nicht. Ach so. Okay. Jetzt darfst du. Jetzt kann Henrik seine drauflegen. Und ich spiel die. Fällig. Zwei vor. Ein vor. Links drehen. Links drehen. Du turn. Yeah. Easy peasy. Das ging echt fix. Das ist sehr schocken, ne? Wir haben irgendwas vergessen. Ach, das war noch eine Vasen. Wir haben nicht mehr rumgefahren. Wir haben nicht. Wir sind voll die Pros. Spiel ist langweilig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.